Hey, meine Rahe Borken, in der heutigen Episode werden wir die heftigste OP-Waffe aller Zeiten grafen. Damit kannst du Pfeile schießen bis zu 100 gleichzeitig. Du kannst 103 Zecke schmeißen gleichzeitig, alles gleichzeitig. Du hast auch ein Schwert und eine Axt und das alles gleichzeitig. Mit dem Boy, so aus dem Molenski. Hallo! Also, wir machen uns direkt ans Eingemachte, Leute. Ich hoffe, so eine Waffe... Ich bin mir sicher, so eine Waffe habt ihr noch nie gesehen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Die kann man in Holz machen, in Stein, Eisen, Netherite, das geht alles. Ich würde sagen, wir beginnen aber mit Holz, weil die kann man am leichtesten craften. Und ihr beginnt jetzt erstmal damit, kräftig das Video zu liken. Aber wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr freuen, Elina. Ja, ich klack das Video, kein Problem. Gehe so voll auf YouTube. Nein, ist irre. So, wir brauchen, aber so oder so, brauchen wir ein paar Sachen, auch schon für die Holz-Variante. Wir brauchen unter anderem nämlich Eisen zum Beispiel. Wir brauchen aber auch einen Faden, weil wir brauchen nämlich eine Armbrust und einen Haken. Das brauchen wir für die Waffe. Weil jede Waffe braucht einen Dreizeit. Einen Dreizeit brauchen wir auch. Das heißt, wir brauchen Prismarinscherben. Das heißt, wir müssen Ozean finden. Aber ich glaube, hier war eh ein Ozean um die Ecke. Ja, sicher. Unser Nachbar ist quasi ein Ozean. Genau. Der heißt Mr. Ozean. Oder Mr. Siren Head. Oh mein Gott, ich kriege gerade einen Anruf. Der Siren ruft mich gerade an. Okay. So, ich mache hier mal ein bisschen Eisen schon mal. Dann gehe ich direkt auf die Suche nach einem Ozean oder einem Koma. Ozean. Boom, boom, boom. Da tut er mal Kohle rein, Elina. So, warte, warte. Wir machen uns direkt noch ein Schwert und eine Axt. Das brauchen wir dann sowieso auch zum Craften. Plus kann man damit dann auch direkt Holz farmen und Mobs killen und so. Das glaube ich nicht praktisch. Ausgerüstet mit einem Eisenschwert und einer Eisenbrustplode. Begeben wir uns jetzt zu diesem Zuckerrohr. Nehmen wir mit. Die kann man, glaube ich, auch verzaubern, Alter, diese Waffe. No joking. Fischis. Kommen sie her. Gabeljau. Mag ich immer gern. So, wir schwimmen jetzt zu diesem Tempel. Wir müssen dort die Wächter flexen, damit die Prismarinscherben droppen. Mithilfe dieser Prismarinscherben können wir dann, dank eines neuen Crafting-Rezeptes, was ich hier zugefügt habe, äh, was ist das da? Ach, das bist du. Ich dachte, da schwimmt ein Pferd gerade. Das sah so komisch aus. Irgendwie, keine Ahnung. Mithilfe dieses neuen Crafting-Rezeptes können wir nämlich einen Dreizack craften, weil normalerweise einen Dreizack zu fahren ist eine ziemlich schwierige Nummer. Du musst halt irgendwie... Hey, Delina baut sich sogar ein Boot, diese andere Professionalität hier. Aber ist tatsächlich klug, ja? Ist klug. Ich schwimme hier her, den Luli. Okay, let's go. Boom. Komm her. Da ist mein Opfer. Alter, hä, ich bin gefrozen. Bleib stehen. Wächter sind wirklich stark, ne? Habe ein. Bin mir nicht sicher, ob ich die... Nein, mach kein Auge. Oh, ich habe zwei Scherben. Oh, ein teils Herz. Das war knapp. Das muss ich aber laufen. Ich habe drei. Ich habe auch Prismarinen-Kristalle. Was ist so ein Müll? Habe ich ja auch. Warte, aber... Wie brauchen wir denn? Naja, drei pro Dreizack. Da kommt drauf hin, wie viele Waffen wir machen wollen. Lass mal ein bisschen... Oh, nice. Das wird direkt nach. Da können wir die Fäden auch organisieren für die Armbrust, die wir auch noch brauchen. Perfektes Timing. Lass schon mal ein paar fahren noch. Alter, das sind so viele auf einen Fleck, Alter. Da will ich halt nicht... Da will ich eher nicht reinschallern, Alter. Hey, hau da nicht ab. Du bist ein Wächter. Du musst doch verteidigen, den Tempel. Alter, die sind so schnell und allgemein nervig. Okay, nice. Jetzt haben wir... Okay, ich habe sechs. Ich habe zwei zusammen. Ich gehe mal auf Spinnenjagd. Okay? Ich habe drei. Nee, ist doch auch okay. Dann haben wir drei Dreizecke zusammen, die wir craften können. Vielleicht, wenn du nochmal drei farmst, dann wäre es perfekt. In der Zwischenzeit hole ich mir die Fäden und dann haben wir alles. Dann kann es losgehen, Alter. Ihr werdet die Waffe so abfeiern. Elina, du auch safe. Das kann ich jetzt schon sagen. Die Waffe ist richtig cool. Also, in Action habe ich sie auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur, wie sie quasi aussieht. Und das ist schick. Das ist schick. Übelst du. Nice. Okay, gut. Naja, vier Fäden. Da kriegt man halt eine Armbrust zusammen. Das ist natürlich nicht genug. Aber ich farm auch mal über Skelette. Acht, okay. Acht, acht, acht. Nice. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, dann machen wir uns mal daran, das erste Tool zu craften, würde ich sagen. Ähm, wir benötigen eine, eine Armbrust, eine Armbrust. Die haben wir hier. Dazu brauchen wir einen Haken. Okay. Wieso schreibt der hier jetzt weiter? Mensch, Mensch, Mensch. So, Haken machen wir. Eisen, Stick, Brett. Boom. Haben wir nicht mehr Eisen? Hat doch hier noch. Okay, vier Haken reichen ja erstmal. So, ähm, genau. Und jetzt machen wir hier. Perfekt, haben wir alles. Haben wir nicht alles. So. Boom, boom, boom. Boom. Boom, boom. Und nein, greif mich nicht an. Kollege, ich habe eine Armbrust gekraftet. So, die erste haben wir zusammen. Wir machen Holz-Tools zuerst. Wir beginnen mit dem Schlechtesten und steigern uns dann sehr schnell. So, Dreizack-Crafting-Rezept geht so. Verdammt, das ging doch nicht so. Hm. Das war mit Eisen, glaube ich. Wir brauchen noch mehr Eisen. Wir brauchen sogar nur zwei. Dreizack. Boom. Nice. So, wir haben Dreizack. Wir haben Holz. Ja, lass direkt Stein machen. Jetzt haben wir eh schon den ganzen Steinkram. Steinschwert haben wir, Steinaxt haben wir. Ein Kram. Eine Armbrust haben wir. Fehlt nur noch im Bogen. Zack. So. Boah, ich dachte, da kam der nächste Creeper, Alter. Nee, it's me. Alter, siehst du die heftige Waffe? Ja, ja. Was ist denn das für ein Ding, Alter? Da hast du das Schwert, da hast du die Axt, da hast du einen Bogen, darauf gespannten Armbrust. Okay, das Problem ist, Markus, ich dachte, dass ich massiven Hunger habe, Alter. Ich habe was in den Ofen gelegt. Ja, ja, aber du hast das Eisen vorher nicht rausgenommen, deswegen hat es nichts geschmolzen. Danke dafür. Scheiße, kein Problem. Ich überlege noch, ob wir auch Pfeile brauchen, um das Ding, also ich habe ja nur sechs. Der Stein, also der Holz schießt ein und Netherite schießt 100 mit ein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was Stein schießt. Wir müssen mal austesten, ich teste mal. War da nicht ein Skelett gerade Stress gemacht? Hier war da gerade ein Skelett, habe ich doch gehört, wo ist er? Jetzt habe ich gekillt. Oh, ihr Lieder. Creeper. Warte, das muss ich doch jetzt hier, warte mal. Ja, genau. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Alter, ist das ein Garni. Ja, aber der Typ rennt gerade weg, Alter, die Nervensegel. Und? Alter, das sieht so cool in der Hotbar aus. Das sehe ich ja als erst mal. Okay, Lina, ich überreiche dir feierlich Epic Gamer Stone Weapon. Oh mein Gott. Schau mal unten in der Hotbar, wenn du an... Aber du kannst nicht nur schießen, du kannst auch Nahkampf, kann der auch. Wie viel Damage hat denn das Ding? Räuchte ich mal? Hier? Ja, mach mal. No, I'm a rifle. Das ist nice, ne? Go. Das ist halt nur Stein jetzt noch, ne? Nur Stein. Oh mein Gott. Okay, wie viel Damage hat das im Nahkampf? Ist das nicht nur Holz? Nee, nee, ist Stein. Äh, 12. 12 ist übelst viel. Ja. Okay. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir machen direkt Dia. Okay, was brauchen wir dafür? Dia. Dia. Ich hab 5. Na, eigentlich nicht viel. Du hast 5? Ja, ich hab 5. Boah, das reicht, das reicht. What? Ja, gib her, wir brauchen... Ich hab's dir schon gegeben. Ach so nass. Wir brauchen nur ein Schwert und eine Axt. Und da braucht man genau 5 für. Geil. Naja, wir brauchen aber später auch noch für Netherite eher. So, wir brauchen eh noch Diamanten. So. Wir brauchen außerdem einen Bögen. Dann eine Armbrust. Ja, wir haben nicht genug Fäden. Das ist alles sehr, sehr... Sehr, sehr teuer. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch die Armbrust und einen weiteren Dreizack. Den Dreizack können wir auch nicht machen, weil uns Eisen fehlt. Mann, die Waffe ist wirklich teuer, Alter. Okay, verständlich. Ist ja doch mega heftig. Okay. Wir brauchen Dias definitiv noch, aber nicht so viele. Aber am meisten brauchen wir Eisen und Fäden. Oder direkt einen Bogen. Wäre auch nice, wenn man Skelett sieht. Da, 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 da. Diamant. Je. Wir sollten eigentlich jetzt auch... Also, organisier schon mal bitte Tintenbeute. Denn damit können wir... Passt auf, man kann nämlich Eisen färben. Und indem man Eisen färbt, wird es zu Netherite. Das ist nice, ne? Ja. So, das heißt, wir brauchen halt dafür ein bisschen Eisen und halt diese schwarzer Farbstoff. Das wäre das sehr cool. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt tatsächlich alles. Ich habe hier übelstes Eisen gerade gefunden. Ich habe auch ein paar Diamanten gefunden. Ich wette, ich finde hier auch noch... Da haben wir noch mehr. Diaschwert, Diaaxt, Bogen. Jetzt gehen wir zur Armbrust. Boom. Armbrust haben wir. Dreizack. Habe ich dir noch? An die Dreizack hat das... Genau. Da hat das Eisen gefehlt. So, jetzt machen wir hier den Dreizack. Ich brauche auch später nochmal deine Scherben, Medina. Mein Inventar ist so voll mit Stuff. Aber es ist auch so geiler Stuff, weißt du? Nicht, dass man wegschmeißen will. So. Jetzt müsste ich doch alles haben. Oder Schwert hier. Axt hier. Bogen hier. Armbrust hier. Bogen da runter. Jetzt haben wir das... Oha, jetzt ist das aus Dia, Alter. Alter? Das sieht man auch, dass es aus Dia ist. Okay. Jetzt macht der 14 Damage. 5 Angriffs... Alter. Das ist 5 Angriffsgeschwindigkeit. Damit kannst du übelst schnell hitten. Hier. Oh, ja, okay. Okay, ich kann nicht schnell hitten, weil ich alles One-Hitte mit 15 Damage. Äh, 14. Oh, wow. Alter. Du hast mir einfach 7 Herz mit einem Schlag abgezogen. Okay, okay, nice. Aber ich habe ja noch den Fernkampf, dass dem... Haben wir hier gerade noch ein... Da ist ein... Ein Huhn. Guten Tag, Herr. Check. Oh. Ach, du heilige Scheiße. Lida, bereit ist... Bereit erklärt, den... Ey. Testobjekt zu sein. Jawohl. Ja, okay, der schießt. Ich habe gar nicht getroffen, ne? Scheiße. Ein bisschen hast du getroffen. Alter. Was war das für ein Sound? Ja, der schießt halt 100 Pfeile und... Ne, der ist noch nicht 100. Netherite macht 100. Der macht wahrscheinlich erst 50 oder so. Ich vermute mal, das verdoppelt sich immer. Es ist Zeit für Netherite, Leute. Das war die ja. Auch schon sehr, sehr heftige Nummer. Aber jetzt kommt die allerheftigste Waffe. Okay. Ähm, Elina, ich würde dich bitten, mir mal... Warte. Äh. Wir brauchen einen neuen Dreizack. Hammer. Ja. Einen Bogen Hammer. Dann machen wir eine Armbrust wieder. Äh... Was fehlt dir? Was? Wieso macht der jetzt hier Stress? Ah, ein Stick fehlt. Okay. So. Dann hier. Boom. Armbrusthammer. Ähm. So, du hast die... Hast du die... Eisenhammer? Haben wir hier irgendwo Eisenhammer? Hast du mir die Tintensäcke gedroppt? Nee, noch nicht. Hier sind sie. So, das lässt du mal jetzt hier. Passt auf. Ach so. Jetzt war ich kurz. Jetzt dachte ich kurz. Das funktioniert nicht. Okay. Da funktioniert alles. Tada. Eisen, Schwarz, Färben ergibt Netherite, Leute. Ne? Kanntet ihr noch nicht? Das ist... Hehehe. So. Okay. Ähm. Jetzt können wir daraus... Ah, das brauchen wir erst mal... Wartet mal, Leute. Jetzt brauchen wir ja erst mal einen Schmiedetisch. Den machen wir so. Bum, bum. Was man alles für Rezepte wissen muss. Halbes, äh... Halbes Medizinstudium muss man machen, um das zu checken. So, jetzt machen wir eine... Dia-Axt. Und zusätzlich... Odina, Spruch, Sticks, Holz, irgendwas. Das Schwert verwandeln wir jetzt in Netherite. Die Axt verwandeln wir in Netherite. Ja, viel zu viel, Alter. Ich hab sieben noch übrig. Egal. Okay, jetzt haben wir... Was fehlt? Hm. Nix. Wir haben alles. Let's go. Schwert kommt hierhin. Axt kommt hierhin. Armbrust kommt hierhin. 13 kommt hierhin. Bogen kommt hierhin. Uh, mit Netherite Tools. Und da spawnen auch 17 Damage. Aha, ich kann dir mal das Dia-Ding geben, Nina. Wohl. Okay. Kommt her. Kommt her, Alter. Ihr Schweine. Wir zücken. Alter, wie cool das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ho, ho, ho. Das war Kree-Bail-Lieder. Aufpassen. Ja, kommt mal her. Oh mein Gott. Jogi, die Waffe ist so gestört, Alter. Alter. Aua. 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 Ich bin ja gerade so... Nichts jetzt so röst. Gerade so arm. Hey. Hey, warum hast du nur einen so einen Schuss gemacht? Keine Ahnung. Du hast das Holz-Ding benutzt. Ey, der ist Stein-Ding, Nina. Nicht das Diamant-Ding. Shit. Guck, guck. Ha, ha. Das ist so heftig, Alter. Oh Mann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt den Like-Button. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns morgen. Euer Benzon. Tschüss. Au.